So Leute, ich grüße euch erstmal. Danke fürs Einschalten. Schauen wir mal, wie lange Sonja braucht. Okay, ihr wartet jetzt mit uns zusammen. Tja, was ist das denn? Hast du es auch mal endlich geschafft, oder was? So Leute, gefühlt nach 40 Jahren hat Sonja es geschafft. Sonja strahlt heute wie die Sonne. Ja, ne? Ein bisschen gelb. So, ich weiß... Woher? Woher diese Anzug? Das ist der Anzug von meiner Schwester. Ich hab die abgebildet. Sonja's Schwester ist wieder da. Ja, Mann. Du sitzt im Hintergrund. Und Anna ist nicht Sonja's Schwester. Ja, Mann. Sonja's Schwester sieht aus wie sie. Wir dürfen sie aber nicht zeigen. Wallah, eins zu eins. Schau dich mal. Nicht eins, Jungs. Ich schwör sogar. Alle, wenn ihr sie sehen könntet. Oh, mein Gott. Was ist das? Leute, ich hatte Mandelentzündung. Ich war so lange nicht mehr zu Hause gewesen, glaub ich. Zu Hause? Mehr als eine Woche, Leute. Warst du nicht daheim? Doch, ich war daheim. Aber? Was habe ich gerade gesagt? Nicht zu Hause gewesen. Ich war lange nicht mehr zu Hause. Ich war, nein, ich war nicht mehr so lange zu Hause. Also, ich war noch nie so lange zu Hause gewesen. Ach so, okay. Ja. Und ich war schon so mehr als fast zwei Wochen zu Hause, ein bisschen gechillt. So was tun wir, oder? Ich war katastrophisch. Ich habe vier Tage durch erst mal gepennt, ohne was zu essen. Und dann, dadurch hat mein Immunsystem sich verschlechtert und, äh, ja. Aber jetzt geht's wieder. Ich kann wieder essen, topfit. Erzähl mal, was ist der Plan heute? Heute Video drehen. Musikvideo drehen. Es werden viele kommen. Sind wir mal gespannt, Leute. Es wird auf jeden Fall wild. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erst mal ein paar Sachen einkaufen. Und ich habe Hunger. Nächste Mal, dass du mit der Tellgugel gehst. Oh, die Haare. Oh, meine Haare. Oh, Maira. Jumaira. Salakis. Jumanschi. Wie geht's Ihnen heute? Wie geht's Ihnen heute? Ich bin erst mal hier. Ja, ich bin zum Beispiel. Krass. Hahahaha. Hahahaha. Was? Hahahaha. 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 Was sagst du dazu? Hahahaha. Eigentlich wollte er den Blick mal, dass es schmeckt, aber es ist so heiß. Das ist... Wunderbarbarbarbar. Wunderbarbarbar. Musik Kapitän. Hä? Meine Schwester? Liebst du deine Schwester? Normal, Alter. Früher immer Stress gab. Liebst du auch, Sonja? Ja. Kennst du diese Dokuswarte? Liebst du Sonja? Ja. Ehrlich? Ja. Müsst du auch deine Schwester? Ja. Wie heißt deine Schwester? Hä? Larissa. Geh jetzt auf die Schnelle. Nein, aber was? Ich hab Zeit noch. Also, eine Stunde sei statt. Ja, so. Bis dann. Tschüss. Was? Was? Töte mal. Wala. Drei Kameras auf einmal. Zwei. Zwei. Ja, hier drei. Zwei, drei, fünf. So. 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 Zeig ihr mal, wie sie selbst Kaugummi kauft. Ja, so. Jetzt kau mal wie ein normaler Mensch. Was? Mit geschlossenem Mund kauen, Alter. Ich brauch schon Luft. Wie? He auch nicht. Ha ha ha. Heu, get me Jörg Ohhhohohohoh. Jörg Oh. thoroughly, hooh. Oder ja? Nächste Universum-Boxen! Geh doch weg, Mann! Geh weg, Bruder! Geh weg, Bruder! Geh weg, Bruder! Ich kann nicht mehr! Alles gut, alles gut! Okay, natürlich alles freundschaftlich! Kampfsport auf höchstem Niveau, meine Freunde! Universum-Boxen! Ich würde sagen, meldet euch! Der Bruder und der Bruder ist der höchste große Kampfsign! Sinanji und Bösemann oder andersrum, ist egal! Entschuldigung, Alter, der macht einfach den Kasim-Move an der Wanda! Der macht einfach den... Bravo! Ey, Waller, der hat mein... Ja! Hör auf, Mann! Ich hab Angst! Was macht er? Ich hab Angst vor dem Ball! Komm! Lass kämpfen! Kann ich noch mal auf! Schau mal auf! Schau mal auf! Schau mal auf! Schau mal auf! Oh mein Gott! Mach mit Beleidigung, mach mit Beleidigung. Du ***, so kittig. Eine Sekunde war Anna da. Eine Sekunde war die Anna da. Eine Sekunde! Eine verdammte Sekunde, ich schwöre. Eins, dreckig. Hey, du mit deiner nötigen Stimme. Guck mal, was du gemacht hast. So sieht deine Jacke jetzt auch aus. Wir kennen uns das, mit dir wie immer wieder cool ist. Wir machen uns das. Wir machen uns alles, wenn du mit kleinem Abente. Er hat sich mit ein Spiel角, mit Fussball, die die heute nicht gesehen ist. Hoha, du bist angst, ey kinda? Oh, du willst du dich? Oh, du musst du dich das. Oh, du bist. Du kannst du dich nötigen. Du kannst du dich nötigen. Du kannst du dich nötigen. Du bist so ja. Ja, guck mal. Das geht Aliexpress. Was? Aliexpress? Was geht auf Wischbestellen? Was? Guck mal, der kann es nicht machen. Auf Wischbestellen! Oh mein Gott! Aliexpress. Junge, der tut mir leid. Der kann erstmal nicht mal Deutsch reden. Bei dem Waller ist so ein Keck. Waller ein Ding. So, hallo Lieblingsmensch. Wie geht's Ihnen? Ich bin kaputt. So sind wir hier. Beim Musikvideodreh. Hier ist die große Garage. Hier sind irgendwelche Autos, die repariert werden. Er ist wieder fleißig am Filmen. Hier haben wir den Elven. Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren. Du hast die Faust verpasst. So, und nochmal. So, warte mal, ich geh mal in den Gegensticht. So, einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren. Wir befinden uns heute hier beim zweiten Videodreh von Sonja. Und lasst euch überraschen. Schaut, dass wir auf TikTok wieder so real werden. Wie bevor auch. Und bitte ignoriert diese Lappe. Sie ist nervig. Und sie macht mich leicht aggressiv mittlerweile. Aber nur ein bisschen. Ich hab grad... Hä? Den sieht man gar nicht mehr. Nur noch mit Handy vor's Gesicht. Er ist jetzt endlich mal ins YouTube-Game eingestiegen. Leute, check mein Chat-up. El-Patron-Rap für euch da draußen. Wir haben bestimmt schon 20 Folgen vorgedreht, die niemals erschienen sind. Und vielleicht auch niemals erscheinen werden. Leute, Community. Elven hat einen Vlog von uns. Da sind wir in der Kneipe. Motiviert den mal in den Kommentaren, dass er diesen Vlog mir schickt. Bearbeitet. Dass ich ihn raushaue. An dem Vlog wird ihr sehen, dass Elven den geschnitten und bearbeitet hat. Weil er hat eigentlich einen lustigen Humor. Er schneidet auch die Videos von Werner Frankfurt. Ich schau den aber nur raus, wenn ihr... Nur dann. Okay, wir sind gespannt auf den Vlog. Auf den Vlog? Wie heißt denn der eigentlich noch? Boah, wenn du lachst, vorne. Komm, jetzt in deinem Auto liegt meine Sachen. Der ist behindert. Ich zeig gerade Giuliano auf. Guck mal, was der Giuliano macht. Zeig mal. Nein, sowas zeigen wir nicht. Hey, nimm deine Finger weg von meiner scheiß Kamera. Was für dich? Muck nicht auf. In Twitter. Gebe Twitter. Hallo Lamia. Hi. Wie geht's? Hast du ein neues Tattoo? Ja. Schon fresh. Geil. Hallo. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Und dir? Sie ist hier sehr hübsch, oder? Ja. Und du, du geile Sau. Hallo. Hallo. Ich brauche bitte eure Aufmerksamkeit. Guck mal, die telefoniert immer noch. Okay, Leute. Ich liebe euch. Tschüss. Nein, tut sie nicht. Kamera läuft. Du rappst hier rein. Ton ab. refusingicke hier. Ja, jetzt geht's. Ich hab dich erst mal auf die Wand. Es geht nicht. Und ich hab dich erst mal auf die Wand. Aber was wollte ich auch? Ich hab mich nicht. Es geht nicht. Ich hab mich. Aber was sollte ich gesagt? Es geht nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017